hallo freunde ich grüße euch regionaliger zeit das heißt ich durfte mal wieder am bread over the board spielen und ja wir haben gegen brad weder gespielt und was da so passiert ist rund um den kampf welche tipps ich von meinen mitspielern bekommen habe das gucken wir uns heute an in dem sinne lasst uns anfangen und damit herzlich willkommen beim schachstrategen schön dass du dabei bist wenn dir meine videos gefallen und meine art meine ideen meine gedanken dir dabei helfen ein besserer schachspieler zu werden würde ich mich natürlich freuen wenn du den kanal kostenlos abonnierst vielen dank dafür schon mal jetzt noch mal auf das intro tipps von meinen mitspielern bezieht sich natürlich nicht darauf dass ich während der partie irgendwelche tipps bekommen habe sondern mir hat ein ein kollege 8 8 das brett glaube ich war es der leon schöne grüße leon tipp gegeben warum er vielleicht meine videos nicht ganz so oft guckt und er sagte ich rede zu viel ich kann nicht ändern kein problem deswegen machen wir heute die partie und ich versuche mich kurz zu halten also mein gegner war der david riedl mit 2100 dvz und ich hatte die weißen steine und ich habe mit e4 angefangen e5 springer c3 aha wie in der partie jetzt hier mit f4 oder was nein mit g3 und diese wiener partie mit g3 die finde ich also die habe ich jetzt erst relativ neu für mich entdeckt und wollte die einfach meiner praxis ausprobieren ich habe natürlich ein paar ideen dahinter mir angeguckt und dass ich ungefähr weiß wo wo es lang geht aber ganz ohne praxiserfahrung ist natürlich immer etwas schwieriger nichtsdestotrotz mein erster eindruck ist dieses dieses wiener diese wiener partie mit g3 ist eine unglaublich gefährliche waffe für für weiß und weil sie einfach zu erlernen ist weil man sich die züge aber die pläne einfach merken kann und man hat einen klaren ja geht direkt los ja von daher ist diese öffnung gerade für bis 1600 1700 super super gefährlich und vielleicht die erfolgsversprechendste oder eine der erfolgsversprechendsten ich werde da mal auf meinem zweitkanal eine eröffnungsstudie machen wo ich die pläne genau analysiere gerne auch diesen zweitkanal abonnieren dann verpasst du dieses video nicht ok grundsätzlich hat schwarz zwei möglichkeiten er kann hier mit d5 spielen oder er kann auf d5 verzichten und seine figuren entwickeln und dieses laufer c5 ist eine der hauptzüge hier auch wenn er dann eben entsprechend mit d7 d6 spielt ok ich spiele laufer g2 und jetzt ist d5 eben auch nicht mehr möglich ok wenn jetzt sechs und ich spiele hier h2 h3 einfach nur um das feld g4 unter kontrolle zu nehmen damit nicht irgendwann mal irgendwelche überraschungsangriffe kommen d6 und sprenger g2 soweit alles in ordnung jetzt möchte ich im zweifelsfall einfach auch hier ich kann mit könig h2 meinen h3 bauen immer stabilisieren und decken gehe da mit meinem könig hier quasi auch aus dieser diagonale raus dass ich im zweifelsfall danach auch noch f4 spielen kann und das sind im grunde schon so die hauptpläne für weiß relativ einfach zu merken ja f linie öffnen angreifen ok mein gegner spielt mein gegner spielt läufer nach e6 so jetzt muss ich mal eben einmal zurückgehen und die variante ihr seht a6 ist mit der hauptzug hier weil wenn weiß sprenger a4 spielt ist eben der läufer auf c5 hat ein rückzugsfeld auf a7 und das ist eine ja naja der hauptzüge für schwarz hier in der partie folgte aber laufer e6 und jetzt hätte ich natürlich hier mit der rochade fortsetzen können ja und dann könig h2 und so weiter aber ich wusste halt auch noch von der theorie und von den ideen dass wenn schwarz eben nicht dieses a6 spielt dass ich hier mit springer a4 diesen laufer jagen fangen also abtauschen kann und damit ist natürlich diese diagonalen dann nicht mehr so gefährdet sprich wenn mein könig hier hier steht ja und dann f4 und so weiter ok hier ist erstmal dame die 7 kam hier und den fand ich fand ich sehr sehr gut schwarz hat hier diese batterie auf diesem h3 so dass ich jetzt nicht rochade machen kann fand ich fand ich sehr gut gucken wir uns mal eben ganz kurz an ja wenn wir wenn er den hier zurückziehen würde was so der der naja in den wenigen partien die ich gespielt habe so der meist gespielte zug war dann haben wir eben einfach die möglichkeit rochade machen und dann irgendwie mit f4 und dann angreifen und dann mal gucken was passiert ich habe den schwarzen läufer noch auch wenn er noch nicht aktiv ist aber nach d3 kann der laufer dann schnell nach g5 kommen und auf den schwarzen feldern so die fesslungen ja das kann schon unangenehm werden und von daher dass das wäre so nur die die klassische alternative gewesen deswegen fand ich den zug von meinem gegner mit dame die 7 gar nicht schlecht ja ich kann nicht rochieren der h3 hängt und vor allem also ich habe f4 am ende gespielt warum habe ich hier nicht geschlagen nun dadurch wird der die kontrolle von schwarze über das feld d4 erhöht und ich kann jetzt immer noch nicht rochieren weil der h3 hängt und naja schwarz kann natürlich auch lang rochieren den springer vielleicht mal hier rein stellen wie auch immer für gegenspiel sorgen deswegen habe ich das das nicht gemacht sondern ich habe f2 f4 gespielt die klare drohung ist hier f4 f5 ja und dann ist dieser läufer weg das ein klassisches motiv in dieser eröffnung und jetzt muss ich schwarz entscheiden wie möchte er diesen läufer retten er kann den jetzt noch nach c4 spielen weil ich noch keinen d3 gespielt habe er kann also diesen vorstoß f4 f5 zulassen aber dann kriege ich halt d2 d3 mit tempo und dann tausche ich den immer noch weg und ob der läufer auf dieser diagonale besser steht wenn ich hier dieses bollwerk habe ja weiß ich auch nicht auf jeden fall dachte ich mir ja es soll schwarz mal zeigen welchen welchen zug er denn spielen möchte welche ja welche entscheidungen er trifft und der david ist noch ein relativ junger mensch also jetzt kein 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 junglicher oder so aber ähm die heutige jugend da bin ich total beeindruckt immer die trifft so richtig schwillige also für mich schwillige entscheidungen innerhalb von von bruchteilen von von sekunden oder so keine ahnung ähm es kam sehr sehr schnell der zug g7 g6 und das ist ein zug mit dem ich mich persönlich extrem schwer tun würde weil er die schwarzen felder ja hier massiv schwächt und und das da liegt natürlich eine verantwortung drin äh die jungen burschen haben da überhaupt kein äh problem mit ja selbstvertrauen bis oberkante unterlippe und äh ist ja auch objektiv nicht schlecht aber ist halt sehr verpflichtend und ich ich tue mich ja immer schwer mit deswegen da kann ich noch viel lernen dann von den jungs und hier habe ich mir jetzt 30 minuten mal zeit genommen weil das sieht natürlich komisch aus mit den schwarzen feldern und jetzt möchte ich euch nur mal ganz kurz ein paar varianten zeigen äh die ich mir so überlegt hatte während der während der 30 minuten also am ende habe ich d2 d3 gespielt ähm wir gucken uns mal varianten an äh die erste variante wäre äh hier rausnehmen so die idee ist wenn jetzt also ja der bauer kann natürlich nicht weil der lauf hängt und wenn der schlägt jetzt ist klar dass ich hier nicht nehme ja dann hab ich das feld d4 nicht unter kontrolle ich kriege dieses d2 d4 nicht so einfach durch ja da habe ich nicht so wirklich viel von ähm aber man könnte natürlich hier Springer c3 probieren jetzt hätte man die idee d2 d4 ähm zumal mein Springer auf a4 auch immer hängt ja deswegen musste ich jetzt hier auch irgendwie eine Entscheidung treffen und so ähm ähm der hier wäre interessant gewesen mit der idee d4 und jetzt ähm nur mal eben zum veranschaulichen eine der Varianten die ich so ein bisschen berechnet hatte die ist natürlich nicht wirklich gut in dem Sinne aber soll mal eben demonstrieren dass ich dass ich ein Problem hatte mit mit Varianten berechnungen und die Endstellung visualisieren und einschätzen ähm schwarz spielt Springer h5 und und macht hier ein bisschen druck lässt diese gabel zu okay aber holt sich hier äh ne ne ein Bauern und dann hier noch ein Bauern und dann hier noch ein Bauern lenkt meinen Läufer von f3 ab gibt die Gabel holt sich die Dame zurück ist natürlich nicht alles die besten Züge aber ich wollte nur einmal äh ne demonstrieren mit welchen abstrusen Ideen ich mir die Zeit vertreibe während einer Partie und jetzt diese Entscheidung einzuschätzen ich habe jetzt vier Figuren gegen eine das ist gut drei Figuren gegen den Turm natürlich deutlich besser aber schwarz hat ja noch drei drei Bauern das ist schon wieder eine Figur weg und ja sie bleibt immer die Frage ähm können diese Bauern die Figurenaktivität einschränken und so jetzt muss sie wieder abschätzen ja erstmal habe ich ja Zählen hier schon nicht hingekriegt und äh die Schlange wäre jetzt natürlich gut für Weiß aber ähm ja dazu visualisieren ist natürlich schon schwierig ne und ähm naja deswegen am Ende des Tages mein Gegner hätte jetzt hier nach f6e gar nicht mit dem Springer auf e5 geschlagen sondern den Zug gespielt den hatte ich auch kurz gesehen und gesagt ja guck mal wenn du jetzt hier durchschlägst dann bin ich hier aber voll im Angriff dann habe ich für mein Minusmaterial den schlecht stehenden König hier und der steht auf a4 auch irgendwie fehl am platze und auf so Züge wie g4 ja dann dann ne au 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 zack und schon schon droht Dame a4 und Läufer g3 und oieieieiei da geht schon alles verloren das wollen wir schon nicht und äh wenn ich nicht hier auf d6 nehme sondern g4 spiele dann könnte schwarz hier opfern jetzt hat er drei Bauern für die Figur plus den schlecht stehenden König und natürlich einige Tempi dass der Läufer g2 zum Beispiel hängt so zack zack so und jetzt hängt dieser Springer der König steht hier komisch und der Springer kann hier nach f3 kommen und da muss man ja alles erstmal visualisieren und wir haben uns das auch kurz in der Analyse nachher angeguckt wir waren uns beide sicher das muss gut sein für schwarz ähm und der Computer hat es nachher auch bestätigt also ihr seht wie kompliziert es schon wieder ist und welche sinnlosen Varianten man hier alles so berechnen kann ähm ich habe sogar noch b2b3 kurz überlegt damit ich den hier zum einen gedeckt habe und vielleicht den Läufer über diese Diagonale auf diese Diagonale entwickeln kann auch eine interessante Idee also ihr seht ja ist äh oder ich habe auch c2c3 jetzt deckt die Dame den und ich drohe d2 d4 mit Tempo ähm sowas hier in die Richtung und äh puh das alles abzuschätzen und einzuschätzen und ja das wollte ich ein insgesamt war mir das zu offen und und zu direkte Aktivitäten und und Kriegshandlungen quasi die ich wollte nicht so früh äh mich in taktische Fahrwasser begeben und deswegen das war mal so ein kleiner Eindruck ähm habe ich am Ende d2 d3 gespielt solide ja ich habe noch nicht all in quasi alle alles hinter mir abgebrochen sondern wollte mich erstmal weiter entwickeln ein bisschen stabilisieren okay und vielleicht habe ich ja immer noch äh Drohungen welcher Form und Farbe auch immer mein Gegner zieht den Läufer zurück wollte jetzt diesen Doppelbauern hier nicht mehr zulassen sag ich okay ähm den Schlari erstmal und ja jetzt ist natürlich hier äh diese Diagonale geschützt für mich jetzt fragen wir uns natürlich hier hängt dieser Bauer auf A2 ne und da habe ich tatsächlich relativ wenig drüber nachgedacht denn ähm sagen wir mal ich mach jetzt äh ich mach jetzt mal eben nur einen Zug Moment Variante nur einen Zug zum demonstrieren warum ich da jetzt keine große Angst vor hatte denn äh ja dann kann man am Ende diesen Läufer hier einsperren durch B3 ja und dann kann man den vielleicht mal irgendwie angreifen und erobern oder oder wie auch immer dann ist äh das ist ein sehr sehr großes Risiko was Schwarz hier trägt und deswegen genau macht das natürlich also da habe ich mir relativ wenig Sorgen gemacht ich habe mir gedacht ich schlag mal auf E5 wenn der Springer schlüge habe ich mit D muss nicht sofort sein aber irgendwann habe ich D4 zur Verfügung also schlägt er mit dem Bauern jetzt rauch hier ich greife den F6 an Tempo der Springer muss wegziehen ist nach G8 gegangen ähm eine Variante wäre natürlich jetzt hier auch wieder sowas gewesen ähm jetzt ist dieses Opfer hier natürlich nicht ganz so gut weil mein König hier den Läufer schon deckt und mein Turm hier auch bei der Verteidigung natürlich mithilft und ich kann hier vielleicht den Springer wegziehen und Damentausch androhen und so weiter das sind mehrere Tempi die ich da bekomme das sollte auch gut sein für mich deswegen muss der Springer hier zurückziehen ich kann mich mit Tempo entwickeln auf die geschwächten schwarzen Felder ja den Springer hier nach D5 stellen ja ich denke mal das ist okay für weiß ähm Probleme habe ich sicherlich nicht wie groß der Vorteil ist das wissen die Götter ähm aber gefühlt ja habe ich alle Figuren draußen kriege ich meine Türme verbunden kann C3 spielen das Feld D4 kontrollieren ja also da damit wäre ich zufrieden gewesen ähm deswegen zog mein Gegner hier Springer G8 ähm ja und wir sehen also ich muss jetzt erstmal den H2 decken klar und mein Gegner spielt H6 um den Läufer nicht nach G5 zu lassen das fand ich auch sinnvoll und habe ich auch während der Partie mit gerechnet ähm wir haben hier noch überlegt oder mein Gegner sagte mir nach der hätte noch an H4 überlegt was auch eine sehr interessante Variante war ähm mein Eindruck war dass ich hier mit Läufer G5 über die schwarzen Felder kommen muss und dass mein Gegner trotzdem sagt komm hier ich schlag weil wenn ich hier schlage dann kommt G5 und dann sehen wir ich muss hier schlagen und jetzt geht die Linie auf ähm und das sieht natürlich super gefährlich aus gegen den weißen König hier ob es wirklich so gefährlich ist wenn ich mit Läufer H4 die H-Linie schließe der König kann nicht lang rochieren ja ähm das sieht vielleicht gefährlicher aus als es wirklich ist aber trotzdem das ist natürlich eine gute und interessante Idee für weiß für schwarz ich hatte dann während der Analyse noch die Idee mit dem Bauern zu schlagen einfach zu sagen ähm also ich möchte den H4 gedeckt halten dass ich jetzt einfach die Qualität selber gebe und sage jetzt ist mein Läufer hier mindestens den Turm wert ja und jetzt hier dieser Läufer steht gut deckt den H4 hier auf der H-Linie geht nichts ich habe das Läuferpaar der wirkt hier äh und äh hier waren wir uns auch während der Analyse naja nicht endgültig sicher aber schon dass das gefühlt eher äh weiß besser steht und äh ja also ihr seht interessante Ideen und Varianten ähm ja die man auch statt statt irgendwie H6 hätte spielen können ähm noch eine Variante noch ganz kurz wenn er den Springer entwickelt habe ich halt immer die Chance den Läufer hier irgendwie raus zu bringen ja vielleicht auch nach H6 je nachdem ähm wenn ich den Läufer dann nach F6 stelle habe ich hier Druck auf E5 und ja also das wollte das wollte schwarz eben nicht und deswegen kam H7 H6 okay soweit alles in Ordnung und jetzt dachte ich mir jetzt muss ich erstmal meinen Springer nach D5 stellen da steht der gut das macht meinen Gegner zunichte und jetzt wenn man hier mal kurz reinguckt ein kleines Fazit sieht im Grunde ist nichts von den Stellungen die ich wo ich die 30 Minuten für nachgedacht habe irgendwie auf dem Brett aufgetaucht jetzt kann man sagen ja habe ich ja wieder sinnlos Zeit verschwendet nein ich mag es oder ich habe es gerne wenn ich ungefähr weiß was mich erwarten könnte an Varianten man muss ja auch ein bisschen abschätzen dann und so ähm okay aber jetzt haben wir hier eine neue Stellung und jetzt muss ich hier gucken was droht der Gegner was möchte der Gegner und hier war ich mir relativ sicher dass mein Gegner mit der langen Rochade und dann mit F5 ja einfach Raum gewinnen Zentrum angreifen Türme vielleicht hier auf die beiden Linien wie auch immer und irgendwie eine Form von Angriff kreieren möchte ich darf auch noch dabei sagen bis hier hin hat mein Gegner schnell gespielt also jetzt nicht nicht geblitzt oder so aber schon zügig und schnell gespielt und vielleicht eine Viertelstunde verbraucht während ich jetzt noch ähm naja so ich weiß nicht so 30 Minuten oder so auf der Uhr habe ist natürlich ein Unterschied noch kein Grund für Panik oder so aber ja 30 Minuten gegen 1,5 Stunden oder so naja etwas weniger ok wie verhindere ich jetzt die schwarzen Pläne ich wollte auch weniger reden ja das mache ich indem ich diesen diesen Bauern hier fixiere vielleicht den Turm da rein das kann der nicht nach vorne er auch hier lang und jetzt wird es Zeit für mich meine Puppen raus zu bringen und mein Gegner spielt Turm D nach G8 ganz kurz nur Variante ja wenn der irgendwann nach G8 spielt um den Turm anzugreifen würde ich wieder zurück gehen und ich hätte am Ende des Tages diesen Zug Turm F1 nach F2 quasi geschenkt bekommen ähm wird wird den Krieg nicht entscheiden aber immerhin eine kleine Verbesserung ja das heißt wenn ich dann mit den Turmen habe ich direkt eine Verdopplung und so weiter ähm in der Partie folgte Turm D G8 und jetzt war klar Schwarz möchte mit G5 und Springer G6 Springer F4 vielleicht so so irgendwelche indischen Motive ja und Linien öffnen für taktische Operationen sorgen und äh ja ist natürlich alles alles legal in dem Sinne ich dachte mir was sind meine was sind meine schlecht stehenden Figuren ja zumindest der Turm auf A1 der spielt noch überhaupt nicht mit wo gehört der hin F1 ja also Dame hoch und Turm F1 so und jetzt dachte ich mir okay habe ich die Puppen raus ich habe jetzt immer noch weit über 25 Minuten überhaupt kein Problem es kam Springer G6 und jetzt das war natürlich ein Zug der zeigt ziemlich deutlich Schwarz möchte am Königsflügel spielen und ja mit Springer F4 Ideen ähm er vernachlässigt aber auch den Punkt D5 und das ist immer so dieses dieses ähm naja dieses Gespür dafür eigene Aktivität entwickeln aber auch gegnerische Aktivitäten beachten und ich habe das direkt ausgenutzen indem ich den Springer da reingestellt habe ähm und mein Gegner spielt Turm G7 wir gucken uns mal eben eine kurze Variante an was passiert wenn ihr den Springer da rein stellt und ich schlag den so und jetzt sieht es hier Tempo und hier Linien und sagen wir mal ich ziehe ups sagen wir mal ich ziehe zurück ähm er verdoppelt hier und dann ihr seht wie schnell es gehen kann dass Schwarz auf einmal aktiv so richtig Gegenspiel bekommt ähm war jetzt nicht die die besten Züge für Weiß wollte einmal nur mal demonstrieren äh wie schnell dieser Angriff sich ja entwickeln kann für Schwarz und diese Stellung ist bereits sehr sehr gut für Schwarz äh ich habe es aber auch hier schon angeteasert ja ich kann hier zwischendurch mal auf B6 nehmen wegen dem wegen dem Motiv Springer B6 ähm ja das ist insgesamt einfach zu gut für Weiß als das Schwarz hier irgendwie Erfolgsaussichten hätte aber ähm man muss ja hier zumindest mal mal gucken ne deswegen und mein Gegner spielte Turm G7 wollte die Variante erst verbessern indem er die Türme verdoppelt und dann Springer F4 spielt so und hier habe ich mit Weiß aber jetzt einen Zug gefunden und kleiner Spoiler wer gut aufgepasst hat der wird den Zug wieder erkennen hihihi genau nämlich ich habe hier auf B6 geschlagen einfach die Idee jetzt hängt erstmal der C7 ja ich drohe auch auf C7 dann hätte ich zwei Bauern mehr hätte dann immer noch Drohungen wie Springer B6 ja dann wäre der König auch offen ja und so weiter ähm deswegen schlägt mein Gegner hier auf D5 ich schlage zurück und er könnte jetzt hier meinen Läufer schlagen dann schlage ich aber eben seinen Springer ähm gucken wir mal eben wenn jetzt so käme zack zack ja dann sehen wir mein Läufer G2 ist hier auf einmal aktiv der Turm steht super ich drohe die Dame und den Bauern und der König ist dann ja deutlich unsicherer als meiner das geht natürlich äh quasi gar nicht ja zum Beispiel so äh mit mit Gewinnstellung ja dann fällt hier auch noch alles und so weiter und ähm deswegen zieht mein Gegner in der Partie den Springer zurück nach E7 und möchte jetzt den D5 schlagen und wenn ich jetzt den Läufer zurückziehe ja dann kommt halt Springer D5 und dann greift er den Turm an dann ist der F7 wieder gedeckt und hier könnt ihr mal kurz reingucken welchen Zug ihr hier spielen würdet ich habe tatsächlich ich bin etwas irritiert für diesen Zug der kam mir sehr sehr natürlich vor ähm und für den habe ich auch nur eine Minute nachgedacht oder so ähm er ist nicht in den Top 3 des Computer aber für mich als Mensch sehr sehr logisch und nachvollziehbar ich habe den Zug D6 gespielt um einfach ich greife hier den E7 an ich befreie meinen Läufer das ist die Hauptidee ja dieser Läufer ist jetzt aktiv und und ja droht hier so einiges gegen den Schwarzen König ähm Computer gibt hier noch andere Sachen an ja gar keine Frage okay ähm aber D6 erschien mir sehr logisch ähm es kam C schlägt B6 kurze Variante was passiert wenn der Springer jetzt hier zurück geht nach G8 um den Turm anzugreifen nun wenn ich den Turm jetzt wegziehe ja und er kann hier den den Läufer schlagen dann ist es nicht ganz so offensichtlich aber und das war auch direkt der Plan ich schlage natürlich hier auf C7 ja gebe hier die Qualle ab wir sehen mein Läufer ist super aktiv kann über E4 F5 gehen ich kann mit der Dame A5 A8 drohen der Schwarze König steht einfach so komisch ich habe ja schon schon Material für die Qualität in Anführungsstrichen ähm hier war ich mir sehr sehr sicher dass ich sehr sehr gut stehe und äh ja mein Gegner halt auch und hat dann hier auf D6 und zack zack D6 ähm hier geschlagen auf D6 okay ich schlage natürlich auf E7 und mein Gegner nimmt den Bauern zurück und jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten ich kann nur auf F7 nehmen oder auf B6 das sind so die materialistischen äh Varianten ich könnte aber auch damit C3 spielen und dazu habe ich mich dann am Ende auch entschlossen damit C3 die Idee ist ich dachte ich greife den E5 an und ich dachte auch damit C7 wäre jetzt erzwungen dann hätte ich die Dame halt tauschen können und dann hier auf F7 schlagen können ja es kam Springer C6 wir gucken uns eben ganz kurz an wie dieses Endspiel hier aussehen könnte wenn ich den schlage Turm F7 jetzt habe ich einen Bauern mehr mein Läufer kann über E4 dominiert den Springer quasi ja er hat so viele Bauern Schwächen also auch wenn es noch nicht gewonnen ist ähm schon nah dran zumindest ja also das muss ein deutlicher Vorteil für weiß sein und äh ohne Damen hat man als Schwarz natürlich auch kein Gegenspiel und deswegen hat mein Gegner hier eben dieses Springer C6 gespielt ja den nehme ich aber einfach weg und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten mit Turm oder Dame zu nehmen ähm mit Turm und die Hoffnung auf irgendwie eine Königsjagd oder sonst irgendwas ähm ich habe hier noch in etwa 10 Minuten auf der Uhr also jetzt überhaupt keine keine Zeitnot in dem Sinne aber warum warum soll ich jetzt die Dame auf dem Brett lassen und irgendwelche taktischen Sachen machen wenn ich doch das Gefühl habe dass nach Dame C6 der Dame auf jeden Fall getauscht wird und äh und äh der König kann diesen Bauern auf B6 nicht decken ja wenn er nach D7 geht ist er sofort weg und in der Partie kam König B7 und ich habe Turm 1 F6 eben gesehen und jetzt hängt der B6 jetzt habe ich zwei Bauern mehr und keine Dame auf dem Brett also kein Gegenspiel und ja warum soll ich das hier nicht machen ja deswegen das haben wir auch gemacht und ja mein Gegner versuchte noch ein bisschen Verwirrung zu stiften Linien zu öffnen ich schlage diesen Bauern und den auch noch er möchte hier irgendein Gegenspiel noch kreieren aber ich habe Turm B4 gespielt ähm was auf den ersten Blick so aussieht das geht als wenn ich nur diesen Bauern decke ähm die zweite Idee ist aber Turm F3 zu spielen und hier hups Treppenmatt mhm das sieht gefährlich aus ein Schach hat er ok dann kommt der Turm auf G6 und möchte sich dazwischen stellen aber jetzt hängt eben der F7 mit Schach und dann gehe ich eben wieder zurück mhm ja dann geht der König wieder zurück und dann ein Schach und jetzt kann er den Turm zwischenziehen und dann äh habe ich ein einfaches Turmenspiel mit 4 Mehrbauern ja das das kriege ich glaube ich auch sogar in Zeitnot hin und deswegen hat mein Gegner dann hier auch aufgegeben ja äh Wiener Partie kann ich kann ich nur sagen man hat ähm einen Eindruck bekommen ja worum es ungefähr geht ähm war jetzt nicht die die Hauptstellungsbilder die ich die ich naja mir angeguckt hatte trotzdem eine schöne spannende interessante Partie und äh und äh wir konnten den Mannschaftskampf am Ende auch fünfeinhalb gewinnen wichtiger Sieg für uns um äh ja gegen den Abstieg ein bisschen Luft zu holen und ja deswegen ich bin zufrieden ich hoffe ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können äh in dieser Partie und dann sage ich besten Dank fürs Zuschauen lasst gerne ein Like da wenn ihr mögt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal